Es ist halb zehn, mein Engel. Wann kommt denn dein erster Patient? Vor fünf Minuten. Los zum Puppen! Fuck! Auf 13 Uhr, der Kerl sieht dich an. Er kommt. Lächeln, lächeln. Nein, hör auf, doch nicht. Antoine denkt immer noch, du gehst zum Schwangerschafts-Yoga? Ja, wollte ich so viel Yoga machen, wäre ich der neue Dalai Lama. Du bist der beste Freund meines Bruders, Antoine. Es geht kein drittes Mal. Das Leben von anderen ist so viel besser. Meins ist einfach nur beschissen. Hey, bist du da gerade auf Instagram? Alles klar, super. Es gibt nichts Besseres, wenn man deprimiert ist. Folge am besten gleich Gisele Bündchen. Wir haben 2018. Sie braucht keinen Mann, um wieder klarzukommen. Ich will etwas Richtiges, das über das Normale hinausgeht. Ich bin Jules. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. Essen gehen Freitag ab. Jetzt pass mal auf, du gehst dahin, verstanden? Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Du bist alles andere als ein hoffnungsloser Fall. Du bist wunderbar. Der Typ schreibt genau in dem Moment, als ich komplett verzweifelt bin. Er ist ein Callboy. Das verstehe ich nicht. Er ist da, um sie zu retten und um sie zu vögeln. Nein, warte. Hey, der Typ ist keine normale Nutte. Genau genommen ist er ein Luxus-Callboy. Sogar ein super, super, super Luxus-Callboy. Wie konntest du ihr das nur antun? Sie gefällt dir ein bisschen. Mann, ihr seid heute echt komisch drauf. Verheimlicht ihr mir was? Dbras hat mich bei dir, was ich mache. Alles dilebники vor mir jedoch, miel37 mutig nicht mehr. Wir sind Deutschland. Und wir haben das her. Ich lese的話, wache da. Welche L zaman bis faith. Bei mir hier überise героinen, Woher weissen haben. Der Flug ist sie für Kreuz.